Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Coole Mädelsthemen geeignet Meine sehr verehrten Fluggäste, Ladies and Gentlemen Ihr Bordbistro ist gleich für Sie da Guten Morgen und guten Mittag oder auch Schaffen alle Checker Herding, Herr Weißbier Werbung wurde bereits im 17. Jahrhundert zu Zwecken verwendet um euch da draußen zu manipulizieren Ich persönlich habe neulich erst eine Werbung gesehen, wo ich sagen musste Wow 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 Boah, ist geil Wow Unglaublich attraktiv Wow Diallo Wow Promotion Alles Unlimitierte in der Schweiz Ich habe selbst so einen perfektionierten Werbe-Clip Guuuuh Hier ein Kondom von Saint Laurent wurde mir geschenkt Damit wir schon nicht weniger Faden hören Es ist Zeit für ein ASMR Es ist Zeit Wie bitte? Es zieht Aber die Tür ist doch geschlossen Hof Fahr Super geil ist das Mann gewesen hier Und ich sag dir hếtons wird langsam SEN Ich verstehe nicht, woher es hier ziehen soll Haar zu pickeln, Saft zur Haut, ganz schön BB. Trefft uns auf dem BB-YouTube-Channel. Dort quatschen wir über coole Mädels-Themen. Wir freuen uns auf euch. So geil, Mädels! Hahaha, ja! Da will ich doch direkt mal auf dem YouTube-Chat hier reingucken. Also, Kiesu, du bist ja wirklich ein Naturtalent im Geschenk halt packen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, packt ihr auch gerne Geschenke ein oder eher nicht? Alter, mega das geile Video, Mädels! Ist auch geil, Leute! Darf ich mal ein ganz offenes Wort mit dir sprechen? Aber ja doch, Ingrid. Es geht um dein WC. Ich putze es doch jeden Tag, es ist doch ganz sauber. Doch, sauber ist es schon. Aber ist es auch kristallrein? Ich muss dir eine Frage stellen. Ja, klar. Ich war neulich bei dir scheißen. Mir ist einfach aufgefallen, dass deine Toilette nicht, naja, kristallrein ist. Ja, klar, Rücksicht! Ich persönlich ziehe Kungs alle 17 Millisekunden. Babsi! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kristallrein! Hi! Thank you very much, you've got it! Cheers everybody! The LG Compressor Plus with Suction Dyson's Top Selling DC29. LG? Ist das gerade euer Ernst? Ich persönlich werde euch canceln. Ihr macht euch über Fettleibigkeit lustig. Das geht in meinem Kosmos gar nicht. Schaut jetzt auf dem BB Channel vorbei mit Quatsch über Mädels.de mehr! Wow! Heißes Teil! Ja! Ich kann damit von hier telefonieren! Stark! Stark, Alter! Du kannst damit telefonieren! Nee, auch nicht. The Southwest Patty Melt with Jalapenos, Pepper Jack Cheese and spicy Santa Fe Sauce. Classic, just got a whole lot hotter. Gekauft! Das muss der beste Burger der Welt sein! Überall ist schmutzig. Nobody cares! Der Dad-Humor wird mich innerhalb der nächsten Jahre einholen. Also stellt euch schon mal drauf ein, dass ab sofort nur noch Dad-Jokes kommen. I care for you! In diesem Sinne, liebe Leute! Wenn euch diese Episode nicht gefallen hat, dann scheppert den Daumen jetzt im linken oberen Ohrschloch rein. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Das verpisst doch! Für Schnee und für Sonne. Mit so ein bisschen. Mit so ein bisschen. Mit so ein bisschen.